Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin total aufgeregt und hyperventiliere schon fast, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ja, warum bin ich so aufgeregt? Heute wird es einen Tag für euch geben. Und diesen Tag hat meine Freundin Steffi ins Leben gerufen. Den gibt es quasi so noch nicht auf YouTube und ich bin ganz, ganz stolz, dass die Steffi sich so viele Gedanken gemacht hat zu diesem Tag und dass ich natürlich auch ein Teil sein darf, weil sie hat mich ja getaggt. Und ja, sie interessiert sich für die Produkte, die ich jetzt gleich zeigen werde. Wer den Tag noch nicht kennt von der Steffi, ich verliebe ihn unten in der Infobox, ist ja klar. Der Tag nennt sich One Year Best of Beauty Tag. Und ich erkläre es euch ganz, ganz kurz für alle, die es nicht wissen. Es geht halt darum, dass die Steffi aus jeder Kategorie ein Beauty-Produkt sehen möchte, mit dem man ein ganzes Jahr lang zurechtkommen würde. Und das ist natürlich super schwierig für uns Beauty-Chunkies, weil wir natürlich sehr gerne Produkte testen und immer auf dem neuesten Stand so ein bisschen sein wollen. Und da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach mal dran. Nur mein Mann, der darf dieses Video nicht sehen, denn der wird mir dann sagen, ja wie, wenn du mit der Foundation ein Jahr lang zurechtkommst, warum kaufst du dir dann die 25? Ja, okay, also wie gesagt, ich hoffe, er schaut nicht zu. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt dran, denn am Ende würde ich auch ganz gern andere YouTuber taggen, weil mich das auch interessiert, welche Produkte sie aussuchen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! So, wir legen jetzt los. Ich habe hier mein iPad vor mir liegen. Hier ist meine Freundin Steffi, unsere Mamako Beauty. Sie hat alle Kategorien unten in der Infobox aufgelistet. Und deshalb lege ich mir das jetzt gerade mal so hier vorne hin. Die Steffi, also wundert euch bitte nicht, wenn ich ab und zu runterschaue. Wir fangen an. Die erste Kategorie lautet Foundation. Und da muss ich mir tatsächlich echt viele Gedanken machen, weil im Moment liebe ich ja meine Nude Illusion von Catrice. Ich finde die wirklich traumhaft. Ich, ähm, ja, verwende die schon seit Wochen. Ich mag die total gerne. Aber ich nehme auch stark an, dass es ja dann in diesem einen Jahr auch mal schönes Wetter geben wird. Also die Sonne scheint. Und deswegen habe ich mir, äh, ja, die hier ausgesucht von Bourjois. Meine Healthy Mix. Ich habe mir die sogar schon nachgekauft. Und bei der ist es halt super, dass man sie schichten kann. Also, wenn dann Frühling ist, verwende ich eine Schicht. Die lässt sich auch super auftragen. Also ich liebe dieses Finish, weil die hält mich auch immer total matt und, äh, ja, einfach wunderbar. Ja, und wenn dann einfach wieder die kältere Jahreszeit kommt, muss ich sie schichten. Und das ist überhaupt kein Problem. Und im Sommer habe ich dann ein anderes Produkt. Das zeige ich euch aber auch dann später. Da gibt es dann auch die Kategorie dazu. So, dann hat die Steffi aufgeschrieben Concealer. Ja, bei Concealer ist es ja bei mir immer ein bisschen schwierig. Ich muss da echt aufpassen. Und bis ich zu dem richtigen gekommen bin, war es wirklich eine Odyssee. Ja, weil ich habe ja hier unten sehr trockene Haut. Und dann habe ich immer Angst, dass es so in die Fältchen sich absetzt, der Concealer. Aber die Steffi hat mir einen mitgebracht. Und zwar diesen hier von Benefit. Den Fake Up. Und ich würde dieses Produkt nie wieder hergeben. Ich muss mir das leider nachkaufen. Weil, äh, ja, das Produkt ist, äh, leicht, äh, am Ende. Also, wenn ich dieses Jahr starte, muss ich mir den dann neu kaufen. Weil mit dem kann ich nicht losziehen. Dieses Produkt ist einfach total genial. Weil es hat zwei Schichten. Also in der Mitte ist der Concealer. Und außenrum ist ein feuchtigkeitsspendendes Produkt. Was natürlich meiner Haut total gut tut. Und ich liebe ihn. Ich habe ihr dafür meinen MAC Pro Longwear mitgegeben. Und sie kommt halt damit total gut klar. Und ich liebe halt diesen hier. So, dann die nächste Kategorie lautet Puder. Genau, das wollte ich euch sagen. Ich habe nämlich einen 2-in-1 Puder von Manhattan. Es ist dieses hier. Ähm, ja, im Sommer ist es halt so, dass ich eine leichte Schicht zum Beispiel nur drauf mache. Also ohne Foundation. Ja, und wenn halt die andere Jahreszeit ankommt, eben die kältere. Ähm, ja, dann schichte ich das halt. Ich kann dieses Produkt auch zweimal auftragen. Ohne Foundation zum Beispiel. Oder mich leicht abhudern. Dass es mich halt matt hält. Und ich liebe dieses Produkt. Und schaut mal, was mir passiert ist. Äh, ta-ta-ta-ta. Hit the pen. So, was haben wir denn als nächstes? Einen Browser. Okay, bei Browser habe ich mir auch schwer getan. Also Steffi, ne, was du mit mir machst, ist echt schlimm. So, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und ich habe euch ja in meinem letzten Drogerie-Haul meinen Bahama Mama gezeigt. Und, äh, ja, seitdem ich ihn gekauft habe, habe ich ihn tatsächlich jeden Tag verwendet. Was natürlich ein bisschen schade ist. Denn davor hatte ich meinen Too Faced. Und, oh Gott, ich liebe ihn. Ich mag den so gerne. Ich liebe den einfach. Allerdings hat er halt einen anderen Ton. Äh, der hat halt so einen Orangestich, finde ich. So einen Unterton. Und, ähm, genau. Deswegen habe ich mich für diesen hier entschieden. Weil ich den dann als Bronzer verwende. Und, ähm, ja. Der dann quasi schön mein Gesicht auch noch wärmt. Ähm, in einer anderen Jahreszeit. Und der für mich das ganze Jahr über dann eben besser wirken würde. Genau. Deswegen habe ich den hier genommen. Aber ich liebe den trotzdem. Das war so schwer. Ja, so, als nächste Kategorie haben wir Blush. Oh, da habe ich mir auch schwer getan. Hm, was ein Wunder, ne? Also, wundert euch nicht. Also, ich habe zwei Produkte. Einmal von MAC, äh, den, äh, Margin. Ich liebe diesen Blush. Den habe ich die letzten Wochen nur noch verwendet. Der hat halt, äh, einen sehr, sehr warmen Unterton. Also, der hat so leichte Goldpartikel, ähm, halt als Unterton. Und der erwärmt halt mein Gesicht, ne? Was jetzt natürlich im Sommer dann aber ein bisschen zu stark wäre. Deshalb habe ich mich für den Rockateur entschieden. Ihr wisst genau, wie sehr ich den Rockateur liebe. Und, ähm, ja. Wie lange ich drauf gespart habe und mir ihn dann gegönnt habe. Ich, oh mein Gott, ich liebe den Rockateur. Also, allein dieser Duft, wenn ihr da mal dran riecht, das ist wirklich unglaublich. Und diese Farbe, und, ähm, ja. Der zaubert halt einen leichten Glow ins Gesicht. Der, ähm, würde sogar als Highlighter so ein bisschen durchgehen. Und ich würde mich halt für den hier entscheiden. Ja, ich würde den Rockateur mitnehmen. Ah, tut mir leid. So, als nächstes haben wir einen Highlighter. Die Steffi, ne? Also, Steffi, das war echt schwer. Ich weiß, dass die Steffi euch den Specker-Highlighter gezeigt hat. Den habe ich ja auch. Und, ähm, ich habe mir tatsächlich überlegt, diesen hier mitzunehmen. Weil er einfach ganz, ganz, ähm, ja, weich ist. Und, also, zart, ne? Er lässt sich halt sehr, sehr schön auftragen. Sehr schön verblenden. Und er hat halt einen wahnsinnigen Glow. Aber nachdem die Steffi ihn gezeigt hat, und ich erhoffe, dass wir dieses eine Jahr dann zusammen verbringen, Steffi, auf einer einsamen Insel. Oder wie ist das dann in dem einen Jahr? Was machen wir dann eigentlich? Ja, dann könnten wir uns ja abwechseln, ne? Nein. Ich mache nur Spaß. Ich zeige euch meinen neuen Highlighter von P2. Ich blende euch ein Bild ein. Der ist einfach total zauberhaft. Wenn ihr leicht mit dem Finger drauf geht, ähm, ja, und dann könnt ihr euch den schön auf die Wangen tupfen. Also, einfach ein Traumprodukt aus der Drogerie. Mit knapp 5 Euro. Also, wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich liebe ihn. Also, unglaublich, dieser Highlighter. So. Tut mir leid. So, dann haben wir als nächstes eine Lippenfarbe. Ja, da habe ich mir, ähm, was Schlichtes ausgesucht. Weil es ist ja so, ihr wisst ja, ich liebe ja im Moment diese Bärentöne, diese dunklen Töne. Meine Lippen, die sind halt sehr, sehr stark pigmentiert. Und, ähm, ja, da ist es immer so ein bisschen schwierig. Das wisst ihr ja alles. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ja, für ein ganzes Jahr würde mir wahrscheinlich so eine starke, äh, Bären-Tonfarbe ein bisschen auf die Nerven gehen. Deswegen habe ich was Schlichtes gewählt. Und zwar einen von MAC. Mein Bombshell. Es ist ein Frostfinish. Und ich zeige euch den mal. Der ist halt wirklich, ähm, ja, sehr, sehr dezent auf meinen Lippen. Das ist wie so ein rosa Ton. Also, der hat einen, äh, Rosenholzunterton, finde ich. Und, äh, ja, der ist halt ganz zart auf meinen Lippen. Jetzt hier auf meinem Handrücken, äh, kommt er stärker raus, als er auf meinen Lippen eigentlich ist. Und ja, ich würde mich für diesen hier entscheiden. Und dann haben wir Lippenpflege. Genau, da weiß ich, dass euch die Steffi, ähm, dieses Produkt hier gezeigt hat. Äh, äh, Remdeniel von NYX. Äh, ich liebe dieses Produkt auch. Und da muss ich der Steffi zu 100% Recht geben. Aber nachdem sie es euch ja schon gezeigt hat und nachdem wir ja das eine Jahr zusammen verbringen, hoffentlich, äh, zeige ich euch meine Kaufmanns, äh, Haut- und Kindercreme. Ich finde die wirklich total genial. Und für mich ist das ja ein 2-in-1-Produkt. Und davon habe ich euch aber auch schon erzählt. Und zwar abends, bevor ich, ähm, ins Bett gehe. Also nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe, trage ich mir die sogar hier ganz dick auf. Also weil die mir einfach total gut tut und Feuchtigkeit spendet. Und, ähm, ja, zu dem Thema von vorhin eben, dass ich hier sehr trockene Haut habe, ne, hier unterm Auge. Und ja, ich trage mir die abends dann eben auf die Lippen auch. Und morgens, wenn ich aufstehe, ist es ganz zart und ganz arg durchblutet. Also ich fühle mich einfach total wohl mit der. Die duftet gut und die ist halt, ähm, ja, sehr, sehr preiswert, sag mal mal, aus der Drogerie, ne. Also da kann man echt nichts sagen. So, als nächstes Produkt haben wir dann mein liebstes Thema, Mascara. Mascara, oh mein Gott, ich muss euch unbedingt nochmal ein Mascara-Video abdrehen. Das ist echt schlimm mit mir. Ich habe mir sehr schwer getan. Also diesen Satz habt ihr jetzt schon echt oft gehört, ne. Aber bei Mascara, da bin ich halt echt total eigen. Und ich habe mir meine Babydoll-Mascara ausgesucht von Yves Saint Laurent. Ich liebe die. Und die geht leider dem Ende zu, oh mein Gott. Ähm, ja, sie hat halt ein ganz, ganz feines Bürstchen. Und ich bin total überzeugt von dieser Mascara. Also ich habe noch nie an einer Mascara gerochen und habe gesagt, die riecht gut. Ihr wisst, ich habe ja so einen kleinen Tick, ne. Ich muss immer an Mascara riechen. Sobald ich die aufmache, muss ich riechen. Und ich habe noch nie so einen guten Duft als Mascara in der Nase gehabt. Äh, also als Duft, ne. Weil Mascara riecht ja grundsätzlich eigentlich nicht gut, ne. Also das ist auch so eine ganz komische Sache. Aber ist ja jetzt mal egal vom Duft her. Ich liebe einfach, wie sie meine Wimpern trennt. Ähm, ja, was für einen schönen Schwung sie mir einfach bereitet. Weil sie ist halt leider relativ teuer. Und deswegen muss ich ja sparen, damit ich mir die wiederhole. Also ich entscheide mich für die Babydoll Mascara von Yves Saint Laurent. So, und jetzt ist die Steffi gerade mal kurz weg. Moment, ich bin gleich wieder da. Ähm, nächste, ähm, Kategorie lautet Eyeshadow Base. Genau, die habe ich euch auch schon gezeigt in meinem Drogerie Haul. Mein 2,45 Euro. Einfach ein tolles Bombenprodukt. Ich habe schon viele andere getestet. Das wisst ihr auch. Aber, ähm, ja, an die kommt irgendwie nichts ran. Und ich finde die einfach total genial. Deswegen würde ich die hier von Essence eben nehmen. Die I Love Stage. Als nächstes Produkt haben wir dann ein Augenbrauenprodukt. Genau, da zeige ich euch meinen, ähm, ja, Augenbrauenstift von Aldi. Mit dem komme ich total gut zurecht. Der hat hier, ähm, noch ein Bürstchen. Und vorne ist eben dann der Stift. Ich mag den total gerne. Habe mir den sogar schon nachgekauft. Allerdings muss ich euch gestehen, dass ich im Moment bei dem Anastasia Beverly Hills Dipbraukomade hängen geblieben bin. Ich habe sie mir bestellt. Ich habe lange überlegt. Sie wird ja total gehypt. Aber im Moment habe ich sie ja noch nicht. Und deshalb zeige ich euch diesen Stift hier. Jetzt habe ich mir heute extra mal meine Haare schön gemacht für euch. Extra schön lockig. Schaut. Ja, und jetzt habe ich mir ein schwarzes Oberteil angezogen. Ist auch total intelligent, ne? So, äh, also, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes haben wir Eyeliner und, oder Kajal. Ähm, genau. Ich habe mich für diesen hier entschieden. Und zwar hatte ich den in einer Glossy Box. Ich finde es echt ein cooles Produkt. Und zwar ist es, ähm, ja, Lollipops heißt, ähm, genau, Glossy Rise Go Dancing. Also, es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Ich liebe es. Man kann es hier hinten so aufdrehen. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn ich was Flüssiges nehme, ähm, oder halt sowas hier von Maybelline zum Beispiel, ist es bei mir immer ein bisschen schwierig im Sommer. Also, jetzt gerade bei, äh, flüssigen Eyeliner, ähm, ja, dann, ne, so durch die Wärme und so, dann habe ich immer Angst, dass es verschmiert oder dass es abstempelt. Und, ähm, ja, da bin ich jetzt bei dem hier noch überhaupt gar nicht eingegangen. Und deswegen würde ich dieses Produkt hier nehmen. So, und dann hat die Steffi noch die Kategorie Lidschatten. Ähm, ja, also da hat sie ja auch, äh, zwei Kategorien aufgemacht. Also, sie hat erstmal eine Lidschattenpalette oder halt einzelne Lidschatten. Und ich weiß, dass die Steffi euch diesen hier von Nas gezeigt hat. Den Lola Lola. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Traumprodukt. Ich liebe ihn. Also, Liebeserklärung an dich. Aber die Steffi hat ihn euch gezeigt. Deshalb habe ich mich für diesen hier entschieden. Von P2. Mein Golden Grown. Einfach ein ganz, ganz tolles Produkt. Ein ganzes Jahr lang ist natürlich echt schwer damit auszukommen. Aber dadurch, dass er halt matt ist, denke ich, würde er mir überhaupt nicht auf die Nerven gehen. Weil ich bin dann eher so genervt von, äh, ja, diesen Glitzernden. Aber wenn ich ein bisschen Glitzer möchte, würde ich mir einfach ein bisschen Highlighter nehmen und den dann leicht auftupfen. Genau. So war der Plan. Und die Lidschattenpalette, die zeige ich euch jetzt. Jetzt, die muss ich erstmal schnell holen. So, ich habe sie jetzt geholt. Und zwar habe ich mich für diese hier entschieden. Das ist die Too Faced Chocolate Bar. Ähm, ich habe wirklich viele schöne Paletten. Und, ähm, da habe ich mir auch echt schwer getan. Aber ich glaube, mit der hier bin ich echt gut bedient. Weil sie hat halt, äh, meine Farben. Also die Erdtöne, die liebe ich ja eh. Man kann einen dramatischen Look schminken. Oder man kann eben was Dezentes machen. Sie hat viele schöne matte Töne enthalten. Und, ähm, ja, sie riecht halt unheimlich gut. Und, äh, ja, ich muss die mitnehmen für ein ganzes Jahr. Ich liebe sie. Es ist einfach ein Traum, diese Palette. So. Und dann hatte ich Steffi noch eine Kategorie aufgemacht. Und zwar wäre das ein Extra. Also man kann da jetzt noch ein Produkt zeigen, das man mitnehmen würde. Auf das man nicht verzichten könnte. Ähm, ich muss da leider zwei Sachen zeigen. Also zwei Kategorien nochmal aufmachen. Und zwar ist es zum einen, äh, ja, meine Feuchtigkeitsspendende Creme. Es ist diese hier. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Äh, ja, die geht schon dem Ende zu. Also ein bisschen was ist noch drin. Meine Embryolist. Ihr wisst, wie sehr ich die liebe. Nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe. Ob jetzt morgens oder abends. Ganz egal. Ähm, ja, trage ich mir die auf. Und fühle mich einfach total wohl. Morgens baue ich dann eben mein Make-up da drauf auf. Und abends, ja, ist es einfach total wohltuend. Und, ähm, ich liebe diese Creme. Und deshalb darf die ein ganzes Jahr lang nicht fehlen. Ich müsste mir halt eine neue kaufen. Ist klar. So. Und dann, ähm, muss ich euch noch was zeigen. Auf das ich auch leider gar nicht verzichten kann. Also das gehört auch in meine Routine mit rein. Es ist halt so, wenn ich mich schminke, dass ich, ähm, ja, erst meine, ähm, Feuchtigkeitsspendende Creme auftrage. Und dann brauche ich immer ein Thornverfeinerer. Ich liebe dieses Gefühl, wenn, äh, ja, das Gesicht so ebenmäßig ist. Und, ähm, ja. Da habe ich euch ja schon ganz oft den von Benefit gezeigt. Mein Porefessional. Der geht jetzt dem Ende zu. Und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, einen von Smashbox zu kaufen. Und zwar diesen hier. Äh, den hatte ich in einer Douglas-Bestellung mit dabei. Und so bin ich eben auf den gekommen. Ich habe noch den Good Skin Z-Pore, heißt der. Genau. Aber ich bevorzuge diesen hier. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Und ich glaube, wenn der leer geht, äh, werde ich mir auf jeden Fall den nachkaufen. Also ich spare drauf. Da ist jetzt zwar noch was drin. Aber dieses Produkt muss ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen, mit dem ich dann ein Jahr lang klarkommen würde. So, das waren jetzt meine ganzen Produkte. Ich habe die jetzt hier reingepackt. Also Steffi, es kann losgehen ein ganzes Jahr. Wo fahr mal denn hin? Oh je, ich glaube, mein Mann erzählt mir was anderes, gelb. Und deiner auch. Naja, ist egal. Mir wird ja wohl noch träumen dürfen. Also, voll gekackt. Schaut mal, mit dem hier würde ich alles auskommen, ne? Da würde mir mein Mann echt was erzählen, wenn er das Video sieht. Ich würde natürlich auch noch total gerne andere YouTuber taggen. Und, ähm, ja, mich freuen, wenn sie natürlich mitmachen, damit sich dieser Tag verbreitet. Ich sage euch, wen ich tagge. Und zwar zum einen die liebe Madeleine. Ihr Kanal heißt Honeylänchen. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Dann meine liebe, hübsche Curly Anne 87. Sie ist bildhübsch und schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. So wie bei allen anderen auch. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann verlinke ich super gerne meine Freundin Chidem und meine Freundin Maria. Ich hoffe, ihr macht mithört auf mir zu schreiben. Mein Handy piepst die ganze Zeit. Ich mache doch gerade ein Video. Ja, genau. Und dann tagge ich auf jeden Fall noch die, ja, wunderschöne Pretty Faces XO. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mitmacht. Und ich bin auf eine neue YouTuberin gestoßen. Also für mich neu. Sie ist bildhübsch. Und, ähm, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn auch sie mitmacht. Ihr Kanal heißt TamTam. Ich gehe davon aus, dass sie dieses Video nicht sehen wird. Aber ihr könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, dass ich sie getaggt habe. Vielleicht würde sie diesen Tag sehr gerne mitmachen. Also, Liebes, ich freue mich, wenn du mitmachst, weil es würde mich echt interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ihr könnt es sehr, sehr gerne teilen. Erzählt allen anderen davon. Wenn ihr selbst YouTuberin seid, dann macht sehr, sehr gerne mit. Ich tag euch alle quasi. Ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn er sich, wie gesagt, verbreitet. An dich, liebe Steffi, nochmal herzlichen Dank für deine Mühe, für diese tolle Idee. Und dass du mich natürlich getaget hast. Und, äh, ja, allen anderen wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.